Ich weiß schon gar nicht mehr so genau, wie das damals alles war. Ich hab so viel schon vergessen, doch eins weiß ich noch ganz genau. Ich war dir niemals gut genug, hast mein verfluchtes Leben zerrissen. Jetzt stehst du hier vor meiner Tür, gebrochen und geschlagen. Du willst zurück in mein Herz, zurück zu mir, doch da muss ich dir ganz einfach sagen. Du bist ein kleines bisschen zu spät, um genau zu sein ein paar Jahre. Wenn du ein bisschen früher gekommen wärst, müsste ich jetzt die Antworten auf deine Fragen. Ein kleines bisschen zu spät, da brauch ich gar nicht lange überlegen. Ein bisschen eher vielleicht, ich weiß es nicht, könnte ich dir jetzt eine Antwort geben. Die Zeit verging seit damals mehr als schnell, dachte ich, seh dich nie wieder. Kein Abstieg für mein weiches Fell. In meiner kleinen, großen Zwischenwelt, saß ich hier mit meinen Liedern. Jetzt stehst du hier vor meiner Tür, gebrochen und geschlagen. Willst zurück in mein Herz, zurück zu mir, doch da muss ich dir ganz einfach sagen. Du bist ein kleines bisschen zu spät, um genau zu sein ein paar Jahre. Wenn du ein bisschen früher gekommen wärst, müsste ich jetzt die Antworten auf deine Fragen. Ein kleines bisschen zu spät, da brauch ich gar nicht lange drüber reden. Ein bisschen eher vielleicht, ich weiß es nicht, könnte ich dir jetzt eine Antwort geben. Die Zeit heilt alle Wunden, sich selber aber nicht. Vielleicht gibt's in irgendeinem anderen Leben noch ein bisschen Zeit für dich. Vielleicht, du bist ein kleines bisschen zu spät, um genau zu sein. 13 Jahre, wenn du ein bisschen früher gekommen wärst, müsste ich jetzt die Antworten auf deine Fragen. Ein kleines bisschen zu spät, da brauch ich gar nicht lange drüber reden. Ein bisschen eher vielleicht, ich weiß es nicht, könnte ich dir jetzt eine Antwort geben. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau, wie das damals alles war. Ich hab so viel schon vergessen. Ich komm eigentlich aus Krefeld und ich bin aber hier auf der Regentenstraße aufgewachsen. Ich bin als kleiner Junge hier rumgelaufen. Und darum bedeutet mir das ganz viel, heute Abend hier zu spielen. Und ich bin super dankbar, dass ihr alle zuhört. Also ich kenn das anders. Ich kenn auch Situationen, wo die Leute dann so rumkrakehren oder so. Aber das bedeutet uns echt viel. Also auch im Namen von den anderen. Finde ich richtig super. Also vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank dafür. Echt super. Also hast du Abi gemacht vor 13 Jahren? Ja, ich hab Abi gemacht. Ich hab auf jeden Fall Spaß gemacht. Das liegt wirklich für mich gewesen. Ja. Machst du seit 13 Jahren schon auch Musik oder länger? Ja, ich weiß nicht. Ich nutze jetzt hier noch die Flasche Wein. Wie viel hast du denn schon da? Wie viele Flaschen hast du denn da noch? Genug. Wie viel ist das denn jetzt? Die hast du ja jetzt schon wieder angefangen. Nein, die war schon. Die hat ja live angefangen. Wir haben zu alt, als ich gesagt habe, guck, dass du nicht Letzter bist, weil dann ist die dicht. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. So gelogen. So gelogen. Aber ich nehm' gerade mein Album auf. Und ich hoffe, dass es nächsten Monat, ist das fertig, im Mai. Und was ich mir gerade überlegt hab' und was auch noch keiner weiß, ist, ich glaub' ich lass' die Antonia da mit drauf spielen. Oder singen. Das weiß ich auch noch gar nicht. Antonia! Hast du Lust? Ja? Ist schon ein Deal. Ist schon ein Deal. Ja, das find' ich großartig, aber auf jeden Fall im Cover erwähnt werden. Klar. Du hast ja ein Lied. Ich hab' euch ja quasi verkuppelt. Ja. Du hast ja auch ein Lied auf dem Album. Ja. Also viele. Also da sind die ganzen Stücke. Also ich glaub' da kann sich jeder mit identifizieren. Nee, aber da kann sich jeder mit identifizieren. Also jeder hat schon mal so eine Situation ab, wo man auf jemanden wartet. Man wartet die ganze Zeit und dann denkt man sich, wenn der kommt, dann knall ich ihm so die Nase vor der Tür zu. Oder? Aber vor 13 Jahren. Ja, halt, für andere ist es weniger oder mehr. Also, kann man sich dann überlegen, wer so richtig war. Hast du, du hast feste Zugeknallt? Ich warte noch. Ach, sie ist noch da in Warten vertraut, dass sie zu knallt? Oder auch Single? Also jetzt ist hier heute bloß das Single-Tag. Nee, der Song ist so entstanden, dass ich mir überlegt habe, was passiert, wenn eine bestimmte Person oder eine bestimmte Person kommen und so nach Jahren sagen, hör mal, jetzt können wir mal irgendwie sprechen oder jetzt bin ich mal so für dich da und dann weiß ich gar nicht, wie ich reagieren würde. Und das ist so, glaube ich, eine Möglichkeit, wie man reagieren kann. Was ich dann wirklich mache, weiß ich nicht. Muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Also ist halt noch ein bisschen offen. Ist dir das schon mal passiert? Ja. Und? Ich habe zugeknallt. Echt? Heute bereue ich manchmal. Ja, manchmal so, manchmal so. Und manchmal sind Männer auch gekloppt, ne? Manchmal melden sie sich ein Jahr nicht und dann wollen sie einen heiraten. Frauen auch. Auch ich bin übrigens noch Single, die habe ich auch auf der Hause gehört. Aber... Was machst du beruflich? Ich bin Studentin, Musikerin, Nachtwache, Singer, Songwriter, Slam, Moderator. Ja. Ich bin auch ein bisschen busy. Also der Mann für mich, den muss ich natürlich auch meinem Paris Hilton Lifestyle anfassen. Hör mal mit dem Wein, ich weiß nicht, wer habt ihr da reingetan? Ich möchte das auch. Ich möchte auch, ich möchte auch einen Wein. Wer möchte noch einen Wein? Wollt ihr alle auch so, was? Wie viel haben wir das eigentlich? 10 oder 10. Wir haben eigentlich noch... Wer muss live... Ja. Live muss uns hochkriegen, das weiß ich. Ähm... Also wen das interessiert mit dem Album oder... Ja, mich interessiert das. Ich möchte auch einen Tag. Im Mai... Ich habe keinen Kassetten-Rekorder mehr. Ja, aber echt? Ja, dann kannst du vorbeikommen, können wir es überspielen. Ja, geil. Ich kann auch ein bisschen Background-Gesang, aber ich kann so machen. Uh... Nee, ich habe leider die Antonia jetzt schon. Ja, aber die kann man ja richtig singen. Ja, ja. Das ist sehr gut. Nee, aber wen das interessiert bei... unter... SvenDorau.de SvenDoraEinandergeschrieben. SvenDorau.de Oder ihr könnt mich auf Facebook besuchen, YouTube und überall. Das ist sehr. Danke für alle, die ihr Websites habt und im Internet seid gleich mal alle eure Links da und wir haben ja auch Facebook und so. Ne, Hannah haben wir, oder? Ja. Sehr gut. Dann packen wir das alles drauf, weil... Ja, super. Sich das zu merken ist immer schwierig. Ja. Ich muss kurz... Hast du jetzt mit meiner Star-Wars-Figur? Ja. Das hast du so schnell erzählt. Egal. Auf jeden Fall hier so Star-Wars. Und ich bin heute... Das hat mein Sohn heute Morgen zum Kindergarten gefahren und dann im Auto habe ich gesagt, drückst du dem Papa auch ganz fest die Daumen für den Singer-Songwriter-Slam und dann sagt er... Warum? Er sagte immer warum im Moment. Und dann habe ich gesagt, ich will ja unbedingt gewinnen und dann sagt er... Überlegt er kurz und sagt, Papa, wenn du gewinnen willst, dann musst du Twinkle Twinkle Little Star singen. Und dann habe ich gesagt, ey, super, das ist eine gute Idee, vielleicht mache ich das. Dann hat er nochmal kurz überlegt und gesagt, da muss ich aber mitkommen und dir helfen, weil du kannst das nicht so gut. Darum habe ich es nicht so... Ich hätte mich aber auch sehr befreundet. Nächstes Mal nix herkommt er als der 5. Dann kann er langsam was finden. Unterhalt der Familie. Weil ich kann Rente geben oder so. Innerlich bin ich schon sehr... Ich sehe das genauso. Aus dem einen Grund kriegt man Kinder.